So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Pokémon's Markt. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt dieses Mal, nachdem wir ja beim letzten Mal schon so wahnsinnig erfolgreich im Team Magna-Versteck waren, ins Team Aqua-Versteck dürfen. Das sieht ja fast schon so aus. Ich werde aber auch noch mal kurz ins Team gucken. Okay, da hat sich nichts verändert, soweit ich das jetzt beurteilen kann. Und, ähm, ich will auch gerade noch mal eben ins Pokémon-Sender gucken. Äh, was tust du da? Ach, der rennt da ein bisschen durch die Gegend, okay. Wenn es ihm Spaß macht. Ich würde nämlich gern kurz das überprüfen. Dazu muss ich kurz was überprüfen. Nein, bewegen, danke. Ähm, ich wollte nämlich gerade mal wissen, ob er noch irgendeinen Pokémon gefangen hat. Mir ist ja nicht aufgefallen, dass ich meinen Kekleon namens Shetty gefangen habe, was ich irgendwie schade fand. Und deswegen habe ich mir gerade überlegt. Nicht, dass sie dann auch noch irgendwas gefangen hat und mir fällt es nicht auf. Das wollte ich gerade mal eben schnell überprüfen. Aber scheinbar... Ähm, nichts. Okay, gut. Das war alles. War zwar ein bisschen Zeitverschwendung jetzt, aber naja, was soll's. Wer interessiert sie schon in diesem Projekt der Zeitverschwendung? Also, ähm, wenn sich wirklich jemand ganz scharf darüber Gedanken macht, hier, bei diesem Projekt, dann ist definitiv was falsch gelaufen. So, können wir jetzt da oben rein? Ich hoffe sie ja mal endlich. Ja, eins nach links. Und, und? Was, wie? Was ist das, um Team Aqua zu schaffen? Unser Boss ist nicht... Ah, wo er hin ist? Ah, du... Nein. Nein. Nein, ich darf immer noch nicht hier rein. Hm, jetzt bin ich schon wieder überfragt, was ich machen muss. Habe ich noch irgendeinen Hinweis im Beutel? Irgendwelche Items? Ich habe ja das Magma-Emblem. Gibt es vielleicht auch ein Aqua-Emblem? Meteorit. Was will ich denn mit den Meteoriten? Nix mehr wahrscheinlich. Kelleröffner. Nö. Also, da gibt's nix. Ich bin schon wieder ziemlich überfragt, muss ich sagen. Außerungsweise mal zur Abwechslung. Hm. Wo muss ich denn dann hin? Nö, 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 nö. Ich mag die Musik. Aber ich weiß nicht, wo ich hin muss. Nix. Wirklich. Ich bin schon wieder komplett planlos. Vielleicht da unten? Gibt's hier irgendwas für mich? Nein. Jetzt muss ich mir doch nochmal die Karte angucken. Also. Wir waren am Büroberg. Wir waren... ... beim Magma-Dingens da. Hier so irgendwo in der Gegend. Ähm. Ähm. Dann vielleicht nach Grafitport City, weil der irgendwas von U-Boot gesprochen hat. Ich hab keine Ahnung, aber ich probier's ja nochmal aus. Vielleicht komm ich ja von Grafitport nach rechts. Aber ich glaub, da war eine Strömung, die mich dann gehindert hat. Und ich glaub, das ging mir umgekehrt. Aber ich probier's trotzdem lieber nochmal aus. Bevor ich irgendwas vermassel. Was war das hier nochmal? Das Ozeanmuseum. Vielleicht gab's hier nochmal irgendwas? Ja, jetzt muss ich natürlich nochmal zahlen. Wo steht hier ein Reporter? Ach, magst du vielleicht Pokémon? Ich habe einen Vertrag mit einem Fernsehsender. Ich sammle aktuelle Geschichten von Pokémon und ihren Trainern. Hättest du Lust, etwas von dir zu erzählen? Oh, du hast Lust dazu? Wunderbar. Dankeschön. Dann erzähl mir doch bitte von den interessanten Begebenheiten, in denen Pokémon eine Rolle spielt. Ähm, 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 Moment. Okay. Wie ging's dann weiter? War das bei, bei Trainern? Kampfpersonen. War das bei Personen eventuell? Nein. Wo war's dann? Stilmittel war's, glaub ich. War's Blödkopf? Ich glaub, Blödkopf war das Wort, oder? Gab's auch einen Blümkopf? Nein, ich glaub, es war Blödkopf. Also, B-B-B-B-Lödkopf. Wurks. Ähm. Wurks. Ziemlich weit unten. Nein, das war hier nicht. Dann war's bei Gefühle. Wurks ist zwar kein Gefühl, aber von mir aus. Wurks. L-M-N-O-B-G-O-S-T-U-V-W. Nein, auch nicht. Stilmittel? Halt. Wo war Wurks? Geräusche. Ich glaube, Geräusche war Wurks. Ja, so und ganz am Ende müssen noch ganz klar die obligatorischen drei Ausrufe zeigen. Und dann haben wir da Fü-Fü-Fü Blödkopf Wurks. Ach, eine erhebende Geschichte. Ich bin sicher, deine Geschichte wird im Fernsehen ausgestrahlt. Irgendwann, bestimmt. Also, verpasse sie nicht. Ja, Fü-Fü-Fü Blödkopf Wurks. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Sagt mir da irgendwas? Nein. Aber vielleicht sollte das jetzt ein Hinweis sein an das Schiffsfrag, wo ich hin muss. Ah, vielleicht muss ich ans Schiffsfrag. Das kann natürlich auch sein. Das war ein Map von Faustauerhafen. Dann könnte ich doch eventuell von hier aus in die Richtung surfen. Müsste ich irgendwie hinkommen. Glaub' ich. So, haben wir noch genug Schutz? Ähm, Schutz, 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 Schutz. Super Schutz. Noch zwei. Ach, egal. Zwei sollen jetzt einfach mal ausreichen. Was ist vorne aktuell? Schaubine, Schaubine, lasse ich jetzt in einem Wassergebiet nicht fahren. Da kann ich's eventuell mal mit Ninjato mal ausprobieren. Ob das irgendwie was bringt. Halt an dir bitte ganz geschickt vorbei. An euch auch. Danke. Ähm, achso. Ja, da war ja was. Irgendwie hatte ich da vergessen, dass da ja was war und so. Schaufler? Kann ich Schaufler einsetzen? Ja, kann ich. Okay. Ninjato verschaufelt sich jetzt in Wasser. Würde ich auch machen. Also wenn ich mich vergrabe, dann eindeutig ohne Wasser. Ganz logisch. Immer. Okay, gut. Ja, reicht nicht ganz für ein Level ab. Ne, ne, gegen die zwei will ich jetzt nicht campen. Moment. Will ich, glaube ich, doch. Was ist schon an zweiter Stelle? Freeze. Freeze darf da bleiben. Das könnte eventuell etwas Bestimmtes sein. Ich bin mir allerdings nicht sicher. Ich möchte das jetzt allerdings wirklich dringend überprüft haben. Es könnte wirklich was sein, was gar nicht so schlecht wäre, wenn es das wäre. Wingull und Voltenzo. Also dann setze ich ja ganz klar gegen, ähm, Dingens gegen Voltenzo, Schaufler ein. Und Wingull. Ja, keine Ahnung. Stahlflügel vielleicht. Okay, Voltenzo erhöht seinen Angriff. Und. Ah, nicht sehr effektiv. Ah, macht aber nichts. Macht trotzdem genug Schaden. Oh. Ups. Das habe ich vergessen. Ich sollte mehr nachdenken, bevor ich einfach irgendwas mache. Naja, zu spät. Dann darf jetzt mal Buhu. Zwischendurch. Einfach mal so. Weil, warum nicht. Vielleicht mit einem Pulverschnee. Oder mit einem Donnerblitz auf Wingull. Und dann... Im Stahlflügel auch Voltenzo. Äh, Voltenzo, dass sein Angriff immer weiter steigert. Toll, großartig. Zum Glück habe ich Buhu den Donnerblitz beigebracht. Den kann ich jetzt wirklich gut gebrauchen. Ach so, die haben ja so viele Pokémon. Die misst jetzt ehrlich. Wobei, ne, gegen den Tag kann ich auch den Donnerblitz einsetzen. Den Dönerblitz. Ui. Okay. Oh nö, oder? Das war auch noch eine physische Attacke. Und dann trotzdem den Donnerblitz. Und hier dann mal. Zauberblatt. Fliegen. Zauberblatt. Ich versuche es mal mit Zauberblatt. Der Döner sollte ausreichen. Oder war es der Donnerblitz? Es war der Donnerblitz. Nein, der Donnerblitz hat nicht ausgereicht. Ich glaube es nicht. Nein. Oh, bitte nicht. Bitte freeze. Kommt durch die Verwirrung und die Paralyse. Verdammt. Okay. Dann hat er noch einen Dönerblitz. Sag mal, macht dieses Voltensu auch noch irgendwann was anderes? Also von mir aus ganz ruhig. Dauerhaft, ja oder machen? Damit habe ich kein Problem. Hauptsache es greift nicht physisch anderen. Andern. Okay. Jetzt kommt als nächstes Macholo. Da freute ich einen Flugattacken. Also, Flug. Ja, danke. Danke, freeze. Na also, ein Volltreffer geht doch. Keine Ahnung, wenn ich nur ein Normaltreffer auch gereicht hätte. Aber so hat es auf jeden Fall gereicht. Nein. Warum? Warum hasst mich dieses Spiel so sehr? Also, dann hat es jetzt einmal ein Pulverschnee-Ding ins Ein- und hier fliegen wir auf Marolo. Ich glaube wirklich, das Spiel hasst mich. Oh nein. Sehr wenig Schaden. Schade. Oi. Okay, das ging aber gerade noch so. Ich hätte jetzt mit mehr gerechnet, ehrlich gesagt. Und freeze ist natürlich immer noch verwirrt. Also dann versuche ich es halt mal mit einem Dönerblitz auf Macholo und setze dann halt mal Zauberblatt auf Voltenzo ein. Ah, jetzt wird wahrscheinlich auch Buhu besiegt. Ja, auch noch mit Volltreffer natürlich. Hm. Zauber wäre ungeschickt. Irgendwie hätte ich noch ein Pflanzen-Pokémon. Dann darf er doch mal Schraubine jetzt. Oh, daran habe ich nicht gedacht. Immer noch? Das war jetzt die vierte Runde. Warum? Manchmal, also dann versuche ich es mal mit einem Felswurf und mit Fliegen. Ja gut, der Obzug gibt nicht viel Schaden. Okay, der Felswurf ist annehmbar. Jetzt noch zu einem Mal. Danke, Schraubine. Aber ich könnte wetten, dass jetzt noch ein Voltenzo kommt. Oh, okay, ein Schwalmuss. Oh mein Gott. Ich hätte jetzt mit noch einem Voltenzo gerechnet. Danke, endlich. Ich glaube es ja kaum. Ich habe es noch geschafft. Kein Kommentar, okay? Einfach kein Kommentar. Danke, wenigstens das trifft. Der Döner. Es reicht nicht. Ah, aber Schalmuss ist immerhin paralysiert. Natürlich kommt ein Voltenzo, was auch sonst. Ah, 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 ah. Also dann jetzt zahlt eben nochmal. Das hat eine höchste Treffer Chance. Genauigkeit 100, 70, 180, also haben wir wahrscheinlich Stärke oder Stampfer, keine Ahnung. Mir egal. Stärke oder Stampfer macht keinen Unterschied. Ich gehe mal auf Stampfer. Okay, ein Schwalm, was wenig auf dem Feld. Und jetzt bitte überlebt. Danke. Endlich. So, jetzt mache ich einmal einen Übertrank. Boah. Das ist zwar evil verschwendet, aber ich habe gerade sonst nichts anderes. Okay, gut. Und das sollte es für Macholo gewesen sein. Danke. Okay. Wenn jetzt nicht das liegt, was ich hoffe, was da liegt. Ah, ich habe verloren. Wah, 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 Mario. Äh, was? Das war aber gar nicht so niedlich und süß. Ich habe auch nicht vorgehabt, niedlich und süß zu sein. Äh. Wah, ich liebe auch Stärke, Dreiner. Trage mich hinein mit dem Pokken auf ein. Madrose, Mario. Das heißt da auch noch Mario, ich glaube es. Okay, da war nicht das, was ich gehofft habe, das da ist. Egal. Ich habe gehofft, da liegt ein Wasserstein rum. Okay, jetzt auf ins Schiffswrack. Ich könnte mir vorstellen, dass ich hier tatsächlich hin muss. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ich komplett falsch liegen will, meiner Vermutung. Naja. Einfach mal ein bisschen durch die Gegend rennen. Da geht es runter, da gehe ich lang. So, dann... da wieder hoch. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich weiß nur, dass ich nicht im Trainer reinrennen will. Jetzt habe ich es doch gemacht. Ich versuche jetzt wenigstens ein bisschen voranzukommen und mache ich deshalb den ganzen Trainern aus. Und mache ich die Trainerkämpfe immer, wo ich mal nervig bin. Ach ja, da war ja was. Ups, das hatte ich wohl irgendwie ein bisschen verdrängt gehabt. Und? Okay, es reicht, danke. Es war zwar ein Volltreffer, aber es hat gereicht. Du blödes Idiot, ja. Ich blödes Idiot. Ich glaube es kaum. Wie kann ich es nur wagen? Ich doofes Idiot. Ich untersuche das Schiff im Auftrag von Captain Brick. Er hat mich auch beauftragt, einen Scanner zu finden, aber ich habe ihn noch nicht gebunden. Ein L-Schlüssel. Was ist denn mit einem L-Schlüssel? Kann ich da irgendwas aufschließen? L? Was könnte L stehen? Steht da vielleicht eine Beschreibung? Ein Schlüssel zum Lagerraum auf dem Schiffswrack. Okay, jetzt müssen wir nur noch den Lagerraum finden. Schutz wirkt nicht mehr. Ja, ist mir relativ egal. Ich glaube, hier gibt es eh keine Wilden-Pokémon. Danke, das hatte ich nicht vor. Ich glaube, hier gibt es eh keine Wilden-Pokémon, wollte ich gerade sagen. Oh. Der. Oh, Belieber. Vielleicht verwende ich den gerade mal für den Ninja-Turm. Den Ninja-Turm wird hier immerhin mit einem Belieber komplett gelebt. Weil ich meine, ein halbes Kaffee kann man ja nicht auffüllen. Ähm, halt. Halt, 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 Belieber. Belieber. Belieber, da war er doch. Perfekt für den Ninja-Turm. Okay, und raus hier. Jetzt eventuell, nein, da oben nicht rein natürlich. Da komme ich ja gerade her. Vielleicht hier? Nein. Okay, ich hätte wetten können, dass ich jetzt in den Ninja-Trainer-Kampf reinrenne. Ein Tauchball. Dann vielleicht... Achso, der will kämpfen. Okay. Wieder zur See fahren, bla 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 bla. Danke für die sehr hilfreichen Informationen. Seemobs. Los, Ninja-Turm. Tritt diesem Seemobs in den Arsch. Aber ich habe die Befürchtung, dass dieses Seemobs Eis attacken kann. Aber Ninja-Turm ist zum Glück schneller. Moment, war Eis überhaupt? Ich glaube, Eis war es gar nicht. Ja gut, Zugabe. Okay. Kein Problem, ich kann noch zweimal Schaufel einsetzen. Mir ist gerade egal. So, war gut. Da muss ich nicht mal mehr die Attacke auswählen. Geht noch schneller. Bin ich kann nicht mal was falsch machen. Ja genau, setz noch mal Zugabe ein. Das wird es bestimmt bringen. Kann dieses Seemobs nur Zugabe? Wahrscheinlich hat es viermal Zugabe. Keine Ahnung, wie viel Ampil Zugabe hat. Aber ich glaube, das Ding kann übermischt. Bestimmt mindestens 40 Runden durchhalten. Mach Schock. Da setze ich... Nein, da bleibe ich auf Ninja-Turm. Ich habe doch Aero-Astroph. Aber nur die Frage... Ah, sei gut, die Zugabe ist beendet. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade die Frage, wie lange die Zugabe noch anhält. Will, kann es mich jetzt treffen? Ich weiß nicht, aber ich bin eh schneller. Also von dem her, mir egal. Mach Schock, wurde besiegen. Der Miniatur erhält Erfahrungspunkte. Ich bin der Spieler wie Sieg, Matrose Pierre. Ups, da bin ich abgesoffen. Da hast du dich vollgesoffen vielleicht. Ähm... Fluchtzeilen. Ich weiß nur leider immer noch nicht, wo ich hin will. Da? Ah. Okay, gut. Hier gibt's... Eisstrahl? Wirklich? Warum? Okay, eben wieder immer. Leer. Hier muss es doch noch was geben. Das will ich jetzt noch machen, weil, äh... Julian würde ansonsten dem Nation-Partner nie draufkommen, was er machen muss. Da verwette ich alles, was ich hab, drauf. Ähm... Wo war denn mein Detektor hier? Nichts? Wie jetzt? Ich war hier nur drin für Eisstrahl. Gibt's hier noch irgendwas? Außer dem fetten Typ hinter dem Mülleimer. Leer. Wir werden schon übel, zum Beispiel ein Schiff nur betreut. Es bewegt sich zwar nicht, aber okay. Ich geh dann mal wieder... Wir haben nicht Taucher, oder? Und selbst dann können wir das, glaube ich, nicht einsetzen. Äh... Ich weiß, ich überziehe jetzt ganz kurz. Eigentlich soll ich das nicht machen, aber ich das will ich jetzt noch... Okay, wir haben sowieso nicht Taucher. Dann kann ich eigentlich auch wieder hier raus, weil dann können wir hier nichts machen. Dann hab ich mal wieder einen kompletten Part verschwendet. Na dann... Bin ich wirklich ratlos. Ich glaube, was ich dann mache jetzt, wird wohl... Sein, dass ich... Da oben nach Baumhausen-City fliege. Und wir uns dann im übernächsten Part wiedersehen. Bis dahin. Tschüss!